Ach, Nöö! Try me, Bitch. Ich klippst. Ich bin trotzdem gefürzt. Kann ich dir pehen? Vielleicht müsste ich lauter sein als die Musik. Warte mal! Ich glaub wir können die Taschenlamme vergessen. Jetzt, 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 jetzt! Sehr gut. Wollt ihr doch tun? Wollt auch meiner. Okay. Ich glaub, der war Buggy. Ey, du Hund! Hulappen! L! L! Ich dachte, der ist hier oben. Ich habe großen Respekt. Ja. Er hat mich weggeschädigt. Guck mal. Ich krieg meine Taschenlamme? Die liegt vor dir. Ah. Sobald ich höre, dass ich haunted bin, bin ich weg. Okay, ich bin lauter. Dreh dich um. Ach guck, du musst dir das angucken. Tschüss. Willst du echt gehen? Ich geh ins Chip. Da tun wir mir nix. Ja, ich bleib einfach. Ich bleib einfach. Ich bin unsicher, wo's zu spät weg wäre. Boah. Wo ist der Scheiß, die weg. My brain of is not. How about that? Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Wo war ich hier? Also, hab ich vergessen. Nee, oder? Nee, oder? Wirklich? Wirklich jetzt? Okay. Das ist nicht so geil, oder? Das ist die Geile. Ist du tot? Oh nein. Nein. Ich glaube, ich habe eben sogar das Terminal flackern. So, ihr Bitches, kommt her. Ja. Alter. War er Bracken? Nein. War eine Spinne. War eine scheiß Spinne. Ich habe vier Autopunkte gesehen. Ja, da waren auch diese kleinen Insekten. Ich weiß nicht, was alles da war. Ich habe nur die beiden gesehen und dachte mir, nope. Aber ich bin rotergefallen, weil ich gepanicked bin. Ja. Ja, kannst. Ja. 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 Ja, wirklich. Ja, wirklich, so. Immer noch Hass dafür. Verstehe ich gar nicht. Nein. Warum ist der so duckel? Hey, wieder ein großer Fußball. Ja. Aha, ist nichts. Aha. Ah. Tschüss, hey. So, eigentlich noch mal roter Pfeil. Okay. Das hat viele Worte gesagt. Ja. Ja. Ohne Worte. Ohne Worte. Auf den Bait geh ich ein. Boah, das Bait. Geil. Geil. Halt's Maul. War wohl nicht artig. Metal Shit hast du einmal bekommen. Wieso? War wohl nicht artig. Was ist das? Nichts. Unten steht auch ein Turret. Hab ich gerade durch das Scannen gesehen. Geil. Noch, noch, noch eine Metallplatte. Nice. Ich fliege 58 durch die zwei. Aber die guckt in die falsche Richtung des Turrets. Ah, hier ist das Fire Exit. Ja, das so ist. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Die sind Knaschen. Warte. Hm. Rift, bitte, Bro. Wie die letzten Worte. Ich seh nichts. Was ist das? Ich hab's leider nicht gesehen. Ich seh nichts. What the fuck is that? Wir machen uns mal auf Solo-Mission. Toll. Bär ich schon wieder allein gelassen. Man. Man. Viel Ausdruck. Was ist das für die Sackkasten? Toll. Und weil seine Taschklappe kann ich aufheben. Moin. Hippie. Gut. Gut. You good, Bro? Hippie. Ah. Hippie. Nice. He passed. Vibe check. Da geh ich mal nicht lang. Ah. Oh. Gehen ihn für Neuro. Wenn ich schon alleine bin, dann richtig. Dann geh ich mal. Oh, hell no. Verpiss dich. Ja. Du hast gesehen was da war, ne? Ja. Na, wo klebst du? Oh, du hast gesehen was da war, ne? Ja. Ja. Wo klebst du? Da. Super. Oh, du hast gesehen was da war, ne? Bua bla bla bla. Hup. Kann sein, dass es nicht gehen muss. Ah. Okay. Da, gutes Argument zu gehen. Hup. Outside the box. Hä? Wie hieß das nicht? War das nicht? Warum haben wir so viel Ausdauer eigentlich? Kein Jester. War das kein Jester? Ah, da ist der Jester. Hallo! Ja, das seht ihr nicht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Zwei. Moin. Wollt ihr mitkommen? Ja oder nein? Ah ja. Ja. Oh. Ey. Nice. 80 Value. Lazy ist ja. Ah, das war schöne letzte Worte. Muss ich sagen. Das war Premium. Das war Premium. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Das war stark. Haben wir nicht bestellt. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Dann weg. Weg. Oh shit. Alter, sicher. Nice. Elfa. Natürlich klipp. Hahaha, die haben es auch, ne? Es wird langsam ein bisschen eintönig, ne? Ja, ja. Hier ist es ja nicht so schlimm. Das stimmt. Hopp. Die Hopp für dich bestellt. Ah, die sind schon da. Ja. L. Ah, ich hatte ein Auge drauf. Komm zurück. Ja. Ah, ihr könnt mich mal. Boah, geil wäre gewesen, wäre es auch weggegangen. Und alles gesagt, komm zurück. Boah, ja. Was im Bait. Genau. Hä? Hä? Ich durfte nicht rein. Kann ich gehen. Quote erfüllt. Oh, geil. Oh, warte. Nein. Quote erfüllt ist. So. 32. Achtung, Achtung, Achtung. Rüfftach, ey. Und zweites davon. Nice. Ich bin voll. Ich lege kurz nach draußen, ne? Ja. Hallo. Hallo. Hier ist Fire exit. Wo denn? Matei. Da ist auch nicht mehr was ausfallen. Gott. Gott. Ja. Schleim auch. Hier hinter das Führer. Also das kann ich auch machen. Ja, ok. Der Roman hat schon alles gesagt. Was sehe ich denn da so? Aha. Nichts Interessantes. Muss ich nicht sehen. Wir nehmen die Sachen und gehen. Wir haben hier noch einiges, also. Wir müssen definitiv zweimal laufen. Außer du kriegst die Sachen jetzt mit. Ah, scheiß du dieses Elfer Schild, ey. Boah, hier ist 82. Boah, hier ist 82. Boah, ich krieg 40. Gut, ich hab zwei Cloudhorns. Ich krieg mir halt nix, ne? Ich hab drei Sachen aus dem Teil, glaub ich. Boah, du scheiß ich sie. Okay, fünf Cloudhorns senden. Alles klar. We do this. Was kriegen wir hin? Ich mein, Cloudhorns sende wirklich nicht das Problem. Eigentlich nicht. Wenn du was hörst, dreh dich um und sag mir Bescheid, ne? Der Erste sieht uns jetzt gleich? Ja. Boah, natürlich genau an der Treppe. Ich lauf kurz hoch. Ja, lauf hoch, lauf hoch, lauf hoch. Guck ihn an. Du kannst, hab, hab. Ja. Hopp. Und go. Völlig. Völlig. King. Ja. Wir haben's geschafft. Ja. Oh. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. 323. Einen Tag haben wir noch. Oh ja. Von 703, wow. Von 703, wow. Fam... Famous last words. Pfff. Einen Tag haben wir noch. Einen Tag haben wir noch. Oh ja. Ja, es kann nichts schief gehen. Gar nicht mehr. Warte mal. Oh. Oh. Wollen wir Titan oder so? Oder Rent? Oder Dine? Ne, Rent Titan, die anderen sind scheiße. Ähh, warte mal, was fahr'n wir denn hier so? Ähh, wer war denn jetzt so? Warte mal... Ähh, das ist gut. Das hat sich nicht geändert. Also wir können von den Schwärmplaneten höchstens Titan, die anderen sind Stormy und Flodditch. Ja, das Titan nehmen. Hast du dein Ding aufgelangen? Naja. Und selbst wenn, könnte ich jetzt immer noch an. So eine Aufladestation für unterwegs wäre mag geil. Spielen wir da, ne? Weiß Bescheid. Toll. Mal gucken, wer sich jetzt hier gefällt. Hoffe ich, es ist nicht immer derselbe Spieler. Ich will die Quota schaffen. Ich auch. Eigentlich. Eigentlich ist mir so egal. Boah, weißt du was wir machen können? Boah, willst du ein Mystery machen einfach? So ein Mystery. Die gehen beide, weil die Exit sind ja, die Eingänge sind ja nebeneinander. Jeder geht durch einen Eingang und kommt wieder raus. Mal gucken, wer rauskommt. Ich hab auch keinen Bock alleine umzulaufen. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber für die Quota müssen wir es glaube ich machen. Ja, geh doch mal rein. Hallo. Toll. Ja, okay. Einfach volles Invental kurz holen und dann gehen. Ich könnte mir vorstellen, der erste der reingeht stirbt. Ja, glaube ich auch. Einfach schnell volles Invental, schnappen und dann fertig. ca. Oh, wer. Wir haben Draht. Irgendwas mit 20. Haben wir nicht so geglaubt. Wir haben die Quota geschafft. Nee, die ist auf 400. Ja, wir haben 403. Hier so 403. Achso, stimmt. Der Dings wird ja nicht reingezählt. Ja. Ja. Was gehört? Nee, kann nicht. Du bist so schwer, Bro. Na ja. Wie sagt man so schön? Fürs Team, ne? Mein Sacrifice. Fürs Team. Das liegt da. Nichts. Wow. Zero. Ach, Zero. Ach, Zero. Ach, Zero. Ach, Zero. Der muss so einladen. Doch nicht mehr. Warum sag ich eigentlich irgendwas? Warum sinds irgendwie immer Thumper, Alter? Keiner. Haben wir heute so oft gehabt. Genau wie Spring Escape, Alter. Ja. Das ist auch unser Modus gefühlt. Ja. Keine Ahnung, wo es lang geht, by the way. Ich weiß es auch nicht. Aha. Ich muss es. Ich würde gehen an deiner Stelle. Äh. Ja. Sehr gute Idee. Ich hätte nicht mehr zustimmen können. Ich hole gleich. Au. Ja, besser ist es. Und diesmal endlich sterben. Ist uns doch noch nicht passiert. Dann, dann fülle ich die Ecke. So oben. Da. Oh, ein Föhn. Sehr gut. Die fünf. Perfekt. Die sind. Guck mal, wie schnell das geht, Alter. Es ist nicht mal ein Uhr. Es ist halber eins. Ich gehst aber nicht zurück. Was jetzt? Das ist, das sounds like a you problem, ne? Ja, das sounds like a you problem. Oh, jetzt sterben. Das wärs. Gerade. Oh. Okay. Okay. Ah, du kriegst raus mit. Okay. Es ist gut, dich. Gott. Kann ich noch aufs Schiff werfen? Ich hab dich reingeworfen. Ich hab dich reingeworfen. Wie sieht sich eigentlich aus? Was ist das? Toll. Nein, das war es mal. Yeah. Small. Small. 570. Mach nicht mal alles. füff. Ich haze die Schüttel. Rum! Ich haze das einfach rum. Das heißt, der geilste Alter ist. Ich fühle es für das geil. Die sind auch geil. Wie haben wir da? 100. Ok. 200 ruchsprich mit dir. Okay, mein Geh-Off-Kommando kam doch auch gerade rein. Der Schaffer ist da richtig, Alter. Ja. Die anexen Mutter ist da drin. Trauma 34, gar nicht ganz. Ja, wir müssen alles verkaufen. Nice. Aber ey, wir haben eine Code geschafft, du mein? Ich bin echt nicht stolz. Wir haben nicht alles verkauft, ne? Aha. Ich hab die nervigen Sachen verhalten. Toll. Und reicht's? Ah, let's go. So. Und jetzt das nächste Code 800. Wett. Safe. Bei der letzten Mal auch schon gesagt. 810. 960 Geld. Schmacko Fotz. demandeARR Mhm. So. Verse 6.